mit dem was passiert ist, nämlich das abfedern, das abfangen durch die eigenen Reihen, die Gesandten, die von denen kamen aus Chiang Mai, zu uns ins Projekt, die Käufer der Bücher des Fernstudiums etc. pp. und man schaue sich an was mit den einstigsten, einzigsten Verbündeten, Julian Böhrle, Heiko Klöcke, Julia Peppelbaum, was passiert ist?